Herzlich Willkommen in den DRK-Kliniken in Berlin-Mitte. Mein Name ist Wiebke Tilch. Ich bin eine der Oberärztinnen hier in der Klinik für Gefäßchirurgie. Mein Schwerpunkt ist die Gefäßdiagnostik, insbesondere die Duplexsonographie hier in unserer zertifizierten Gefäßambulanz. Was sind Krampfadern? Krampfadern sind sichtbar werdende, geschlängelte Venen, vor allen Dingen an den Beinen. Sie sind Ausdruck einer Venenschwäche. Zugrunde liegend ist oftmals eine Bindegewebsschwäche. Die Venen dienen dazu, das Blut von der Peripherie wieder zum Herzen zurück zu transportieren. Dafür gibt es abschnittsweise Klappen, welche aus Bindegewebe bestehen und wenn diese Klappen nicht richtig schließen, dann staut sich das Blut zurück und die Vene beult aus und wird damit am Bein als eine Krampfader sichtbar. Welche Symptome können auf Krampfadern hindeuten? Zunächst mal ist es das Sichtbarwerden der Venen an den Beinen. Dann ist es oftmals ein schwere Gefühl der Beine, insbesondere nach langem Stehen oder auch bei Wärme. Und es kann eine Schwellneigung sein, die auch sichtbar wird am Bein in Form eines Ödems, des Unterschenkels. Zusätzlich kann Juckreiz auftreten. Krämpfe sind eher untypisch, aber es können auch Schmerzen in den Beinen sein. Welche Ursachen haben Krampfadern? Die Ursache von Krampfadern ist eine Bindegewebsschwäche. Die Venen haben abschnittsweise Klappen, um den Rücktransport des Blutes sicherzustellen. Wenn diese Klappen, die aus Bindegewebe bestehen, nicht mehr richtig schließen, dann staut sich das Blut in die Venen zurück und dann werden diese als Krampfadern am Bein sichtbar. Frauen sind hier etwas häufiger betroffen. Die Krampfadern treten auf zum Beispiel bei Hormonumstellung oder auch im höheren Alter oder zum Beispiel auch nach einer stattgehabten Thrombose. Welche Komplikationen können bei Krampfadern auftreten? Krampfadern können dazu führen, dass sich diese entzünden. Das würde der Patient dadurch merken, dass die Krampfader, die vorher schon am Bein sichtbar ist, auf einmal eine Verhärtung aufweist, gerötet wäre, druckschmerzhaft. Der Bereich ist oft überwärmt. Das ist ein Grund, warum Patienten unsere Rettungsstelle oder unsere Gefäßambulanz aufsuchen. Diese Entzündungen sollten behandelt werden, damit sich aus der Entzündung kein schwerwiegenderes Problem wie zum Beispiel eine tiefer liegende Beinvenenthrombose entwickelt. Dann ist es so, dass Krampfadern im Endstadium dieser Erkrankung auch zu Veränderungen der Haut führen können. Ein sogenanntes Stauungssyndrom. Dadurch, dass das Blut zu lange im Bein steht, kann die Haut Vernarbungen aufweisen. Es kann zu Verfärbungen der Haut kommen und letztlich auch zu dem, was man als offenes Bein bezeichnet. Wie wird eine Diagnose gestellt? Zunächst einmal wird die Diagnose der Krampfader durch eine klinische Untersuchung gestellt. Das heißt, der Patient kommt aufgrund sichtbarer Venen am Bein zum Arzt, wird klinisch untersucht, dann findet hier bei uns in der Gefäßambulanz eine Ultraschalluntersuchung statt. Mit der Ultraschalluntersuchung haben wir die Möglichkeit, den genauen Ort der Venenschwäche zu lokalisieren, um dann eine entsprechende Therapie einzuleiten. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Bei der Therapie der Krampfadern gibt es zunächst mal ein konservatives Therapieverfahren mittels Kompression. Das bedeutet, dass das betroffene Bein zum Beispiel durch Anlage von Verbänden, Wickeln, komprimiert wird. Zusätzlich ist es auch möglich, für den Patienten spezielle Strümpfe anzupassen, die dann für die Kompression verwendet werden. Wenn die konservative Therapie nicht ausreicht, dann kommt die Operation ins Spiel. Auch hier gibt es verschiedene Verfahren. Einmal das klassische offene Operationsverfahren. Hier ist es notwendig, einen kleinen Schnitt in der Leistenbeuge zu machen. Von dort wird eine Sonde in die Vene eingeführt, die erkrankt ist und über diese Sonde kann die Vene gezogen werden. Es gibt auch noch andere operative Therapieverfahren, wo die Vene im Körper verbleibt. Hier wird diese dann durch eine thermische Noxe, entweder durch Laser oder Radiowelle verödet.